Musik 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 Oh, wir sind so... Leider wird es, aber egal So, wir holen mal hier den Die Powerkugel rein Das ist jetzt so der größte Krieg ever Ich hab aber nicht, schade Hättest eigentlich erwartet, dass hier so richtig schöner Krieg ist, aber gut, dann halt nicht Bumm Ich freu mich aber, wie ich mit dem Ding so nach vorne... Ach da, mit 1 Ah Loll, das wusste ich gar nicht Handcharakter auswählen, jawoll, wir gehen wieder auf die Da haben wir die Kaktiere, da auf die Feuerkaktiere Zack Dann haben wir auch noch mit der Feuerkaktiere einiges zu tun 500 Abschüsse sammeln, alter Schwede, das ist krass So, was haben wir denn jetzt hier noch? Schauen wir mal schnell Auf der Seite der Zombies haben wir noch Und hier Team Sieg, erreichend Okay, für eine 5 Spieler Wir brauchen eigentlich noch einen, ne? Hier schaffen Ich lege 15 Füße an Na gut, dann gehen wir jetzt mal eben hier hin Mach ne... Du hast Davebot 3000 bewiesen, dass du weißt, wie man Toast macht, alles klar Toasterfehler Der Toastfehler Du hast Davebot bewiesen, dass du das Zeug hast, nicht selbst zum Toast zu werden Na gut, das ist doch ein Fortschritt Hier wurde das Abzeichen, Abzeichenprüfung, Nettigkeit verliehen, okay Okay Und wir haben den letzten Auftrag Leaf Agent Auftrag starten Hier ist ein Portal Kugel verliehen Äh, platziere sie im lieben Ort Auf... Auf das Portal Kugeln passen, okay Und beweisen, äh... Okay Wer weiß, was dann passiert Mit dem Finger herumfälschel Fehler Kein Finger vorhanden Alles klar Okay, dann gehen wir mal los Da hinten ist unser Ziel Warte, was hab ich mit 3? Abfall beseitigen 3 Sterne Was bringt mir das? Oh Klingelt einfach so mein Handy, ups Sorry dafür So, wir könnten aber eh mal schnell hier Na, ein bisschen wenig Äh... Ja, gut Egal, lass das erstmal Wir sollen jetzt ein Portal erfüllen Ach, hier sieht man sogar alle Varianten, die wir haben Nice Da haben wir eine Da haben wir auch fast alle Da fehlt noch ein 2... 3 Plätze 3 Plätze Ach, die Kakteen sehen ja niedlich aus Da fehlt uns auch noch einen Platz Bei den Kakteen hier Meist kommen wir auch noch einen bis jetzt Bei den Blumen fehlt uns eins Zwei noch Erbsen haben wir alle, wie es scheint Mach gut Bei Rosen finden wir uns doch noch eine So, wir können uns jetzt hier eins aussuchen Nehmen wir doch die Rose Komm Ding Alles klar, Drogentrip Sind wir hier In der Rosenburg, oder wie? Okay Das ist auch eine dicke Kiste Nice Ah, du bist du ja endlich Erkennt Rosi Okay Ich wurde beauftragt, dich in der Arbeit als Lieferagent einzuweisen Okay Aber ich fürchte, du bist vielleicht noch nicht so weit Doch das wirst du noch früh genug sein, schätze ich Alles klar Ach, jetzt müssen wir hier noch alle machen Okay Reise ins Geh, machen wir einfach mal Ich hatte eine Vision Einen Zauberstabs mit Unglückmacht Er könnte in die kommenden Schlachten von Unzen sein, okay Der Zauber, den ich meine, nennt sich Zirka süßer Zauberstab Wie ich gehört habe Ist der Äon Alt Okay Er befindet sich in den Clonen Eines Vampir-Zombies, okay Aber der ist so dumm, dass er gar nicht weit in seine Ware macht Stabsweis, okay Er begibt dich in Ordnung ins Kolosseum Ich schaffe den Stab und bring ihn mir, damit ich ihn eingehen studieren kann Okay Ah, das Kolosseum So, ja, wir nehmen wieder die Feuerkaktiere, damit wir unsere Abschüsse vollkriegen Gut, und wir sollen wieder hier Helfer aussuchen Äh Hilfe, Hilfe Ich nehme den heute als Hilfe Ich würde ja gerne so ein Schnapper Sonnenblumen Nehmen wir so eine Feuerblume mal Verzeihlung Ein paar Erbsenkanonen wäre glaube ich ganz nice, oder? Nehmen wir noch eine Erbsenkanone Und Vielleicht als Tank oder so Nehmen wir mal ein Zitronending hier, also zack Kommt mit Kameraden Wir werden jetzt hier große Taten vollbringen Hoffentlich Zack Zack Und wir pflanzen So, kommen wir hier noch was setzen Da haben wir leider noch nix Deswegen müssen wir das einfach mal Verteidiger Diese wunderschöne Dave Statue Oh man Von wo kommen wohl die Zombies Jetzt hätte ich vielleicht doch Ich hätte dann auch das mit den Wellen nehmen sollen Scheiße Egal Gehen da noch von Okay, wir können von vier Seiten kommen Auch gut Ahja, ich könnte vielleicht mal ein paar Mini auslegen, ne? So, jetzt setzen wir da noch eine Wand hin Hier noch eine Wand hin Einfach nur ein bisschen blockieren Diese tückische Baron muss hier irgendwo sein, okay Dann Zombies kommt von da drüben Schauen wir doch mal eben Hier fahren wir schon wieder Fußsoldaten Na, weil der könnte reinlaufen Lol Erkennen habe ich gekriegt Ne Wir müssen einfach da runterjumpen, lol Bist ja nicht irgendwo noch ein Fußsoldat sein In der Luft geht das Wo sind alle Fußsoldats? Scheiße, den habe ich jetzt nicht bekommen, oder? Level vier, nice Nice, so Blume heil mich, vielleicht Welle abgeschlossen, nice Welle abgeschlossen, nice So Gut, äh, wir sind auf jeden Fall hier weitergekommen, nice Hier kommen wir auch noch weiter Okay, und die nächste Welle beginnt Von wo? Von da Da sind sie schon, die Vampir-Zombies Das war, glaube ich, zu früh, scheiße Beziehungsweise zu spät Wichte sind ja auch noch, ach du scheiße Und der Vampir-Zombie heilt Oh, unser Garten wird angegriffen Unser Garten wurde tatsächlich angehütet Von wo? Da sind auch noch Vampir-Zombies Killed sie Boah, dann sind Vampir-Zombies nervig Sind wir richtig nervig Sind ja wie Untote Hahaha Geht das überhaupt, Vampir-Zombies? Oh, der hat Geld, der hat Geld Ich einfach keinen einzelnen Hitter, oder? Nice, endlich Gib mir dein Geld, da ist noch einer Gib mir dein Money Money, Money, Money Makes me funny So, wo sind noch welche? Und da ist noch Was ist das denn für einer? Lol, ein, äh, Klempner mit dem Zylinder Das war der Zombie Ups, ich, äh Zack Ja, sofort anfangen zu heilen Oh, lol Ja, die machen unseren Oh, oh Wo ist der Wicht? Wo ist der kleine Wicht? Da sind noch mehr Wie schnell sie plötzlich sind im Tageslicht Ist heftig So, da kommen noch welche Stirb Stirb mit deinen gewaltsamen Todes Oh, nein Jetzt kommen die sogar mit solchen Sarg-Zombies dann War irgendwie klar So Da ist noch ein Sarg-Zombie Nein Lass doch mal hier mein Ding in Ruhe Oh, 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 nein Hier ist schon wieder ein Wicht Ich muss nachladen Alter Alter What the fuck, was passiert mit meiner Sicht, ey Alter Schwede, alter Schwede Oh, jetzt ist hier die Bombe Nice, dann hab ich den geholt Und hinter dir ist da einer Welle abgeschlossen, Alter Was war das für ne heftige Welle WTF, und so Ein bisschen sichern vielleicht hier So What the fuck, ey Krasse Sache Richtig krasse Welle Ich schieb doch mal nicht so ne Welle hier, ey So Jetzt kommt der Baron Letzte Welle Wird wahrscheinlich auch die härteste sein Jetzt ist schon mal neue Musik Sehr viele Wichte unterwegs hier Was ich heute gerade Oh, da ist der Baron auf jeden Fall Schon mal, nice Jetzt weiß ich jetzt, dass von da ganz viele Wichte kommen Aua, aua, aua Okay, Feuerwahrer hinter des Westes Auch ganz nett Wo ist der Wicht? Der läuft einfach durch Ignoriert mich Lassen wir uns um den kleinen Scheißweg kümmern Wohl wenn nämlich schon so ne Fußlinie steht hier gerade Dann haben wir uns den auch Oh, jetzt sagt der sich wieder verwandelt Ja, das macht dich nie an ihm Nice Alter Schwede Alter Schwede, Alter Schwede What the fuck, Alter Was geht mal im Bildschirm ab? Oh, hallo Oh, ich wollte schon mal Hilfe Heal, 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 hallo Liebe Sonnenblume, danke Okay Okay Okay, jetzt bin ich mir verpisst Kommen wir eine weitere Horde Nein, ich bin schon wieder gefangen Stirb, stirb, stirb Wohl, der portet sich einfach Er portet sich einfach Er portet sich einfach Stirb, du Blöder Das muss ich auch noch nachladen, ey Brennkack, äh, Brennzombie Ah, da, hier Was wollt ihr? Er klaut mir einfach leben Er klaut mir einfach leben Die Drecksau Stirb einfach Doch Na los Nein, 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 nein Nein, Feuerblume wurde erledigt Wo ist die Feuerblume? Wo bist du? Da hinten What the fuck, what the fuck, what the fuck Alter Schwede Ja, er wurde gefiltert Was ist das? Da ist ja der zückersüße Stab, äh Zückersüße Zauberstab, wo ist er denn? Ja, wo denn? Oh, wir haben es geschafft, okay, gut Wir haben es geschafft, 1700, äh, 7500 Punkte, ey, boah Ein bisschen wenig für den ganzen Aufwand, muss man sagen, ey Ganz schön hart Und, äh, sorry, dass an der Folge kein Begrüßchen kam, weil das habe ich jetzt einfach am Stück aufgenommen Und deswegen kam da jetzt nichts hin, das wäre schön abgedrückt, dann können wir hier an die Kiste ran Wir sehen uns auf jeden Fall dann in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen Haut rein, ciao, ciao